Ich bin Daniel und wir sind hier in der Naxos-Halle in Bornheim. Mir ist eigentlich die Sauberkeit am wichtigsten in meinen Bildern. Mir sind die Buchstaben sehr wichtig und ich will, dass es auch jeder lesen kann. Deshalb ist das relativ simpel. Die Naxos-Halle ist für mich eigentlich im Moment so der Nabel Frankfurts. Jeder, der was mit Graffiti hier in der Gegend zu tun hat, der kommt hierher. Die Leute sind toll, die Atmosphäre ist klasse. Es geht hier wirklich um die Kunst und hier gibt es auch tolle Tipps und eigentlich alles, was man machen möchte, kann man hier ausprobieren. Ich bin Daniel und ich bin Daniel und ich bin Daniel und ich bin Daniel.